halli hallo hallöchen liebe leute willkommen zu einer weiteren aufnahme von shadow warrior mit mir ein lachsack letztens war hier stehen geblieben und ich weiß nicht ob jetzt noch mein endgegner kommt oder nicht und wir haben den kopf in den typen dem ja hier herum getragen haben der meint wir sollen sein körper zerstöcke wenn wir sehen da ist ein tor wo wir irgendwie nicht durch können und ich mache jetzt einfach mal weiter hallo siehst du mein neuer platz jetzt fast das ding übersprung auszusehen was ich schon sagen sei jetzt bitte nicht böse das ist wirklich jetzt eigentlich umbringen aufspieße vielleicht mal durch das große tor von loki loki nicht schon wieder wenn man zu oft sprinten drückt dann sagt das spiel feststellt hast du nicht gesehen ich etwas aufpassen also fast gedrückt halten muss man es schon ich sehe da hinten was vielleicht ist es woche nachkommen es ist nur ein kristall dachsack dem höchstens übersehen ich habe vorher noch nicht gespeichert jetzt werden schaffschutz gewähren die schlecht jetzt werden schaffschutz gewähren die schlecht jetzt wird ganz anders ist doch ich komme für euch was ist was ist Hm. Now it is up to me to write it. So if you'll excuse me, I have much work. Excuse you? Fuck that! Get your ass down here, we're leaving! This isn't over! I'm afraid you're a mistake. Still, if you're going to hang around, I could use your help with this. I find it cathartic. Perhaps you will also. I'll take the part off. Okay. We can't even hit or anything else. I'll look around. I'll take a little bit of a part off. That's a part. There are also big doors. That's also a part of a part. No, that's just a... Vulcan glass splitter. I hope you know him from Morrowind. That's a great game, Elder Scrolls 3. How did you find me? I met your brother, Zing. Or part of him. Hm. Ah, poor Zing. A forlorn instrument of my manfairs. Much like you. I wish I could express how sorry I am to both of you. I'm gonna sit on with it. I'm gonna have to sit on with it. Where I'm going to sit right now. I will try it out. YOLO. I said he. I said he. YOLO. I can't even go down. Schade. I can't do it for me. Plump. That's not all right. ich habe mehrere teile wunderbar ach da bastelt wahrscheinlich schnell flüsser oder aus zusammen so wie es aussieht so your enra is a little servant now a little taste of that yes sir no sir he will undo my wrongs i was not in a position to bark why did you poison her in the first place i i wanted the world to burn i don't know it's hidden silence oh well isn't that convenient ich muss gar nicht nur was aufgenommen ok kagelsplitter für deine rüstung noch mehr oder was willst du wie ist er dahin gekommen halb gott irgendwas wie ich was auch immer einer der ältesten die können wahrscheinlich schweben mein auf kultut erzählte gleich noch was oder läde ich hier noch irgendwas rum hey hoji hey hoji so sind die teile ich habe gerade irgendwas gehört ach da was 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 es was es es Schon wieder. Der vergisst mir Erinnerungen, wie ich nach Mardkor saufen. Ja, willst du es nicht mal nehmen? Hä? Da waren gerade irgendwelche Füßeabdrücke, deswegen... Schau wieder! Ja, und jetzt? Okay, ich stelle mich mal drauf. Wunderbar, da geht das Ding auch runter. Ich werde jetzt die Maske draufkleben, damit du wieder uns gehörst. Was? Was zur Hölle machst du? Es ist nicht für den Servanten, die vor dem Job bergen, dass ich mein Platz gelernt habe. Nach dem Blutdreffen, werde ich dich nicht mehr kennen. Geh. Für deine eigene Schutz. Also, wie du deine Probleme behandeln hast, der große Eraser? Unsere Todes sind auf uns auf uns auf der Erde. F*** das! Du schütztest deine Frau und schütztest deine Welt. Das ist schützend! Aber die Vergangenheit wird nicht mehr so richtig machen. Wenn ich folge deinen Weg, meine Welt stirbt. Ach komm schon Ich mag Low Wing, er ist cool drauf Ha! Genau OG! Nichts wenn alles hinnehmen ist nur eine Option die keinem gut tut Ich habe die ganze Zeit für dich auch bewahrt, Schnurri-Puls Unser neuer bester Freund, er kehrt wieder Ich habe Angst, dass ich irgendwo runterfliegen und halb tot bin, mein Freund Mein bester Freund Mein bester Freund Wir haben hier nichts gefunden, wie gesagt, irgendwo wird das rumgelegt haben Ah, ist mir scheißegal Warte, vielleicht will er nochmal Hallo zu seinem Bruder sagen Ich speichere mal kurz Hat da noch irgendwas wichtiges kommt oder wir irgendwas wichtiges mit durchmachen können Turn, nö Ah, er redet wahrscheinlich trotzdem nochmal mit ihm Ich habe genug Chi? Oder? Oder auch nicht Ich sag's ja, irgendwo war einer, mir war egal Mann, nö, 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 nö Halt mal! Nun von den kristallen Lö chưa, nö Es gab hier nichts?! Nö, nö, nö Ach, nö, nö Ach, nö, nö Ich hab doch irgendwie versucht, er aufmerksam zu gucken Ja, da legt die Ziege Was soll's aber hier war kein endgegner das heißt es nähert sich jetzt alles irgendwie dem endkampf hin würde ich mal behaupten kapitel 16 du hast es versprochen ich hab's gesehen ich hab's gesehen ich hab's gesehen das war jetzt wird wenn ich hier kann ich heißen ja rammler und er wollte jetzt sagen dass er amel hat ein ende das hättet ihr vielleicht nicht ganz kapiert wenn ich das jetzt nicht vorher gesagt hätte deswegen wollte ich das heute mal angemerkt haben hier drüber ich habe gedacht er kann mal richtig geil springt aber man hat gesehen man kann auch über die andere position hinkommen da hat man mal in erfolgs momenten sowas das erinnert mich doch an die anfangskapitel sag ich mal vor dem minotaurus ja 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 kommt ruhig her und wo von wie von was jetzt würde ich mal was machen so geht weg okay wo du schlacht sieht irgendwie mal geil aus ich weiß nicht was das ist warum er manchmal so ist es oder so so maximale energie geht bis jetzt dass ich mal sehen ich habe gedacht die geht es bis 150 das ist ein ding was sie gemacht haben ist das auch schon länger nicht mehr ausprobiert haben etwas können dämonen herzen also wie sagt ich speziell auf eure durch leute ich empfehle euch es gilt das nicht es ist einfach nur absolut und jetzt ihr wisst irgendwann gar nicht mehr mit dem ding an der zu fangen hier schicksal nicht gefunden schade ich dachte jetzt noch ein glücksgeks wende mich darauf meine antwort willst du mich verarschen das spiel auf sagte ich so das heißt wenn wir sind wir töten immer das letzte stück vom schwert speichern kurz und dann müssten wir eigentlich wirklich bald bei diesem endgegner vorziehen wer das auch okay kann ich das noch etwas weiter leben doch was soll's ja bewacht ihr das oder kommt ihr auch her egal in die luft jetzt sehe ich was sie machen machen diese attacke die wir auch können indem wir den hier machen das müsste jetzt schon länger gehen von dem einen haben wir das schild kaputt gemacht und dadurch stun die uns ein kleines bisschen zwar nicht vollkommen und komplett aber trotzdem daneben beide tot nö noch nicht oh der hat uns erwischt der hat uns richtig schaden gemacht ah ich hör doch schon wieder welche was ach menschliche gegner hat dieses rasch auch ein shuriken geworfen naja komm hoho sub das einigens show your style ja ja ich bin doch hier verstecken tue ich mich noch nicht mal ich hab grad gedacht der eine typ hat ein dämonenherz feiern lassen ich wollt grad sagen da geht es wahrscheinlich weiter ja okay unser server aber da die hier durchgekommen sind da sind wir gekommen von ihr sind die ja doch hier ist doch kein geheimnis da sind wir gekommen die sind von dir oder nur mal kurz looky looky machen ja wir sehen es ja dass hier noch nicht gelootet wurde darüber ich habe schon gewundert was dieses komische Geräusch ist habe ich gerade noch einen Panzeranzug irgendwo gesehen was soll's ich habe gerade noch irgendwas geleuchtet genau trau niemals an der Lampe vor allem nicht von Ikea so leichten manchmal kurz aus ganz kurz looky looky hier machen ja schöne Badewanne diesmal wohnen gefüllt können wir alles mitnehmen ich weiß nicht ob das jetzt so ob das gut ist oder schlecht ist weil dafür okay das heißt jetzt gut weil dafür halt ordentlich auch Schuss verballert haben aber wenigstens können wir wieder was aufsammeln ich habe sogar mit den Armbrustingern geschossen okay wundert mich aber ich würde sagen es reicht erstmal mit der Länge von der Folge weil hier geht wahrscheinlich wieder übel sie Party ab und ich bedanke mich fürs Zusehen wir sehen uns am nächsten Aufnahme Aufnahme von Shadow Warrior mit mir euer Nassack ciao wir sehen uns am nächsten Mal mit mir wie ich j